Musik Heute treffe ich zwei starke Frauen aus dem Swarovski-Clan. Die Moderatorin Viktoria und die Businesswoman Nadja Swarovski. Bei einem Fotoshooting für mein Magazin Look treffe ich die Sängerin, Moderatorin, Model und jetzt auch Unternehmerin Viktoria Swarovski. Ein wahres Multitalent. Hallo! Hallo! Viktoria ist uns allen als Moderatorin von Let's Dance bekannt. Nun ist ihre erste Kosmetiklinie auf dem Markt. Wie geht es ihr als Businessfrau? Hallo Vicky! Schön, dass du bei uns in Wien bist. Von wo kommst du gerade? Vielen lieben Dank, dass ich hier bei euch in Wien sein darf. Ich bin gerade aus München angereist und kam aber gerade sozusagen aus Mauritius für eine Kampagne. Und jetzt bin ich schon wieder bei mir zu Hause in Österreich. Ich freue mich sehr. Cool! Das heißt, dein Wohnsitz ist jetzt in München? In Deutschland, ja. In Deutschland. Und du reist um die Welt. Also man hat ja das Gefühl, du bist überall gleichzeitig. Du machst in Deutschland immer noch Let's Dance, du shootest Kampagnen, du hast eine neue Kosmetiklinie auf den Markt gebracht. Da hat sich unheimlich viel getan in deinem Leben. Wahnsinnig viel hat sich getan. Also ich meine, ich sage immer, es ist immer ganz witzig, wenn die Leute mich anschreiben und sagen, Mai Vicky, du bist schon wieder. Weil ich sage, ja, aber Leute, ich arbeite. Ich fliege ja nicht nach Mauritius, um Urlaub zu machen, sondern ich shoot in die Kampagne. Ich probiere es natürlich zu kombinieren und sage, bleibt dann drei Tage länger, weil es ist ja doch dann ein Hauer. 13, 14 Stunden fliegst da hin. Aber es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Mein Job ist meine Passion. Und jetzt, wie du eben gerade vorhin gesagt hast, jetzt habe ich auch noch meine Beauty-Brand auf den Markt gebracht. Und ich bin so dankbar und auch gleichzeitig sehr stolz, dass ich das geschafft habe. Was ist denn der Hintergrund dieser Beauty-Brand? Also warum, wie ist das? Da denkt man sich, ich mache jetzt auch mal eine Beauty-Marke? Oder wie darf man sich das vorstellen? Na, so ungefähr. Nein, da ist natürlich schon viel mehr dahinter. Also ich reise wahnsinnig viel, ich bin viel vor der Kamera, ich bin viel in Studios. Und du weißt es ja auch, die Haut ist strapaziert, wenn du so oft geschminkt wirst. Und wahnsinnig trocken und anfällig. Und ich habe so viele verschiedene Produkte ausprobiert und dann funktioniert wieder mal eines. Und dann merkst du, dass es nachlässt. Und dann habe ich immer gesagt, Vicky, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt musst du mal schauen, dass du selber was machst. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, das geht super easy, das machen wir mal schnell. In drei Monaten haben wir das schon durch. Aus drei Monaten sind dann zwei Jahre geworden, bis die Brand dann wirklich so dastand, wie sie jetzt auf den Markt gekommen ist. Also da ist wirklich wahnsinnig viel Herzblut mit drinnen und auch, also ich meine, viel Technologie, muss man auch sagen. Wir haben wirklich darauf geachtet, dass wir eben clean, glowy, effektiv sind. Okay. Und die Brand heißt wie? Ori Mai. Warum? Ori Mai? Ori Mai heißt auf Chinesisch originale Schönheit. Ori, original. Und Mei heißt Schönheit. Und die Produkte gehen für jeden Hauttyp? Auf jeden. Also das heißt, da muss ich jetzt nicht schauen, habe ich trockene... Null, überhaupt, es passt sich wirklich an jeden Hautton an. Jetzt muss ich dich fragen, du schaust ja immer aus wie aus dem Journal, hätte man gesagt, wie den Journal entsprungen. Das ist aber sehr lieb, danke. Wie lange brauchst du denn, um dich zu pflegen und herzurichten, so in der Daily Routine? Also Daily Routine, ich wollte gerade sagen, heute war es genau eine Stunde 40, aber da habe ich auch ein tolles Team. Aber das habe ich natürlich auch nicht jeden Tag mit mir dabei. Oder was gehört denn zu deiner Daily Routine? Ja, ich stehe auch in der Früh, das erste, was ich immer mache, Kuschel-Einheit mit Winnie, viel Liebe, sage ich immer. Ja, klar, natürlich. Seit einem Jahr in deinem Leben. Oh, ich sage dir, das verändert das Leben total, aber es macht auch echt viel Spaß. Und man ist nie alleine, das ist das Schöne. Dann lasse ich mir meinen Kaffee runter, mit Hafermilch tatsächlich. Und dann geht es dann schon los, ja. Cleansing Foam, ich reinige auch in der Früh natürlich ab, weil wir natürlich wahnsinnig viele Fette über die Nacht produzieren. Die Teigdüsen produzieren wahnsinnig viel, also nimmt man sich das runter, man nimmt den Tonic her und dann den Moisturizer. Und dann on top auf dem Moisturizer nehme ich dann meine Glowdrops, weil die gleichzeitig wie ein Primer agieren. Und dann hast du natürlich gleich noch mal den Glow. Wenn du super Haut hast, und das geht mir auch so, wenn ich toll ausgeschlafen bin, dann nehme ich manchmal gar kein Make-up her. Wenn ich immer den ein oder anderen Pickel habe, sage ich mal, dann nehme ich natürlich auch on top noch die CC-Cream, die sich anpasst. Und dann hast du wirklich diesen Glamorous No-No-Make-up-Lock. Jetzt haben wir zuerst kurz darüber gesprochen, weil ich den Hund so wahnsinnig süß finde. Und du hast gemeint, du warst auch immer sehr allein. Man stellt sich das ja immer so vor, also Glamorous und von einer Hotelsuite in die nächste und Shootings. Nur in Wahrheit ist das auch ein sehr anstrengendes und zwischendurch wahrscheinlich auch einsames Leben, weil man eben dann doch abends nicht mit der Family sitzt, sondern halt irgendwo. Und jetzt hast du den Hund, der dich begleitet. Ja, deswegen habe ich mich mir eigentlich auch geholt. Also es klingt jetzt so brutal, aber ich war so viel alleine. Und wenn man so viel reißt, und dafür habe ich mich ja auch entschieden, muss man natürlich auch sagen. Ich brauche jetzt auch nicht rumheulen. Aber am Ende des Tages ist es schon irgendwie traurig, wenn du am Abend nach einem Tag wie jetzt zum Beispiel, du hast ein Fotoshooting, du hast so viele Menschen um dich rum, da ist so viel Energie. Und dann kommst du in den Raum, der einfach leer ist. Du bist total alleine, was manchmal ganz schön ist, weil es ruhig ist. Aber es ist natürlich, wenn es dann immer wieder passiert, dann ist es so, okay, du fühlst dich auch allein. Und deswegen habe ich mir den Winnie geholt und ich gehe mit dem schlafen, ich wache mit dem auch. Und es ist auch toll, weil wenn ich bei Shootings bin, vergisst man auch mal zu pausieren. Und mit dem musst du. Und mit dem musst du rausgehen. Weil der muss. Ja, genau so ist es. Genau. Ja, also du trägst natürlich einen großen Namen, warst aber immer sehr darauf bedacht, dein eigenes Business zu machen und aber auch sehr darauf bedacht, dass die Family da irgendwie immer mitzieht. Habt ihr alle untereinander eine starke Verbundenheit? Wir sind alle super stark verbunden miteinander. Wir unterstützen uns auch alle gegenseitig. Ich meine, meine Schwester ist jetzt in Mailand, die hat Innenarchitektur studiert und ist jetzt bei Patricia Okolo. Die ist super glücklich und macht ihr Innenarchitektur-Ding. Meine ältere Schwester ist in der Gastronomie, macht Losseria und wir sind alle nur noch am Pizza und Pasta östen. Und ich glaube, wenn man sich gegenseitig unterstützt und gegenseitig pusht, dann bringt das auch jedem was. Und wir sind einfach ein echt gutes Team. Und das soll auch hoffentlich so, also ich sag mal, tu, 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 das bleibt natürlich so und Neid gibt es bei uns nicht. Das heißt, ihr habt eine Verbindung, auch du und deine Geschwister, da gibt es nicht diese Picki, was macht die? Nee, überhaupt nicht. Es ist eher so, die rufen an und sagen, was hast du denn da wieder gesagt, das hätte ich so gesagt. Es ist so, wir passen aufeinander auf. Wenn was gut war, sagen wir, das war mega, war cool. Wenn was blöd war, dann wird das einem auch direkt auf den Tisch geklatscht. Und du siehst auch deine Mama oft, habe ich das Gefühl. Also ihr habt auch eine sehr starke Verbindung. Mit der telefoniere ich täglich und wenn nicht viermal, weil natürlich alles mit der besprochen wird. Ich liebe meine Mutter. Es ist natürlich jetzt in der letzten Zeit ein bisschen weniger geworden, weil ich natürlich durch meine Firma Uri Mai Beauty wirklich wahnsinnig viel im Office bin und auch die Zeit gar nicht mehr so habe. Aber ich stimme mich natürlich schon ab. Ich frage, ich meine, man darf nicht vergessen, ich komme doch aus einer Unternehmersfamilie und da kann man sich natürlich den einen oder anderen Tipp holen. Und das tue ich auch. Ich wäre doof, wenn ich es nicht machen würde. Ja, klar. Und dann muss man sagen, verheiratet bist du ja auch noch. Also keine Ahnung, wie du das alles irgendwie unter einen Hut bekommst, aber du hast ja auch noch so etwas wie ein persönliches Leben. Und ich frage dich jetzt gar nicht diese doofe Frage, kommt das nicht irgendwie zu kurz? Sondern ich möchte es eher so formulieren, bist du zufrieden, so wie es ist? Ich bin mega zufrieden, so wie es ist. Weil ich habe einen tollen Mann an meiner Seite, der mich unconditionally unterstützt. Ich glaube, sonst würde es gar nicht gehen. Und ich weiß auch, was ich will. Und er weiß auch, was er will. Und das ist auch gut so. Er macht seinen Weg, ich mache meinen Weg. Und so führt der Weg zusammen am Ende des Tages. Ich finde es auch immer ganz wichtig, ich bin im komplett anderen Business, als er es ist. Und so bleibt geschäftlich geschäftlich und privat bleibt privat. Und bis jetzt ist alles gut gegangen. Funktioniert das? Genau. Freundeskreis gibt es wahrscheinlich auch, aber der kommt dann wirklich zu kurz, oder? Die Freunde, muss ich natürlich schon sagen, kommen natürlich zu kurz in jeder Hinsicht. Aber ich muss auch sagen, ich habe nur meine Freunde von damals. Also wirklich aus meiner Jugend, die ziehe ich die ganze Zeit mit. Und dann sage ich auch, das wird einfach kombiniert. Entweder kommt meine Freundin mit aufs Shoot, oder die anderen kommen zu Let's Dance. Oder man trifft sich, wenn man für ein Shooting wohin fährt, sagt man, komm, machen wir ein paar Tage vorhin alle zusammen da was. Also man probiert es zu kombinieren. Dass es zu kurz kommt, ja, ist leider so. Ist halt so. Täglich, Sport oder Fitness, geht sich sowas aus in deinem Leben? Oder zumindest zweimal die Woche? Na, muss ich ausgehen. Am Ende des Tages ist Körper unser Kapital von uns allen. Weil am Ende, wenn du einen gesunden Körper hast, kannst du genau das machen, was ich jetzt mache. Ich bin natürlich, wie eben schon vorhin auch gesagt, die ganze Zeit unterwegs. Und man muss seinen Körper gesund halten. Weil irgendwann einmal klappt er dann auch zusammen. Wie machst du das? Also wie hast du da eine bestimmte Übung oder Sport oder Yoga? Ich habe einfach meine Routine. Ich gehe hauptsächlich ins Fitness. Weil wenn ich natürlich im Hotel bin, ist meistens ein Hotel mit Fitness. Da achte ich immer drauf. Und wenn ich in der Früh Zeit habe, dann mache ich es in der Früh. Und wenn ich in der Früh gar keine Zeit habe, wenn Coldtime zum Beispiel vier ist und man muss von vier bis sechs geschminkt werden, dann mache ich es meistens noch nach dem ganzen Shooting am Abend. Aber du baust das irgendwie ein, weil du das auch brauchst wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Was ist denn so dein privater Style, wenn du nicht arbeitest, wenn du nicht shootest, wenn du nicht in der Öffentlichkeit stehst, wenn du nicht moderierst, wenn du einfach nur du bist? Was ziehst du da an? Ich sage immer ein Touch von Glamorous Sporty. Also elegant sportlich. Ich probiere, wenn ich jetzt essen gehe, sagen wir mal mit Freunden, gehe ich auch mal so raus. Immer flach. Aber wenn ich zu Hause bin, hole ich den kompletten Schlabberlook raus. Ich glaube, Karl Lagerfeld würde sich jetzt umdrehen und würde sagen, die hat die Kontrolle über ihr Leben verloren, wenn die einen Joggy ansieht. Aber es gibt nichts Besseres, als mit einem Schlabberlook am Sofa zu sitzen, mit einem Glas Rotwein oder Flaschen Bier. Also, und dann schon einen Film schauen, aber den schaffe ich eh nie, weil ich so fertig bin. Meistens bin ich nach den ersten zehn Minuten raus und schlafe schon. Genau. Wie gehst du denn mit der Liebe deiner Fans um? Ist das etwas Belastendes? Ist das etwas Schönes, wenn du erkannt wirst auf der Straße, wenn du fotografiert wirst, wenn man dich vielleicht um ein Autogramm bittet? Oder einfach sagst, kannst du mal ein Selfie mit mir machen? Nein, es war heute. Heute ist das gerade wieder passiert. Ich bin aus dem Hotel raus und bin mit dem Winnie spazieren gegangen und gehe und hatte einen langen Mantel an, eine Sonnenbrille und bin rum ohne Maske. Und dann kommt eine Dame auch mit dem Hund zu, er fangt gleich wieder Bällen an und dachte mir, um Gottes Willen, Winnie, benimm dich. Und dann sagt sie nur, mei, sie schauen, sie schauen, dass Swarovski so ähnlich. Und ich so, ich bin dies. Ich bin die Viktoria. Ja, könntest du auch sagen, hm, kenne ich nicht. Nein, nein. Und es freut mich natürlich schon sehr. Ich meine, ich mache den Job jetzt wirklich lange und ich bin da, wo ich bin, weil ich tolle, wirklich liebe Fans habe, die mich unterstützen. Und ich glaube, anders wird es gar nicht gehen. Und natürlich freue ich mich, wenn mich jemand fragt und sagt, können wir ein Bild machen? Überhaupt kein Problem. Also ich bin sehr stolz drauf. Würdest du gewisse Dinge jetzt anders machen, rückblickend? Oh Gott, klar. Reflektierst du das manchmal? Natürlich. Ich glaube, dass man, wenn man an dem Punkt ist, sagt man, okay, jetzt mache ich alles richtig. Jetzt bin ich 28 und ich habe das Gefühl, jetzt wird alles richtig. Ich glaube, jetzt in fünf Jahren sage ich wieder, um Gottes Willen, was habe ich mit 28 alles gemacht? Ja. Genauso geht es mir jetzt, wenn ich hier sitze und sage, okay, ich bin 28. Was habe ich mit 20? Also da wusste ich noch gar nichts. Und ich glaube, so ist es aber immer noch. Man lernt einfach mit der Zeit und es macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, weil wenn man lernt, dann weiß man auch, dass man auf dem richtigen Weg ist. Genau. Weil durch die Fehler lernt man. Ja, weil begonnen hast du ja eigentlich mit dem Singen. Ja. Genau. Und dann kam moderieren natürlich und eins nach dem anderen. Da sage ich immer, da bin ich reingeschlittert. Da bist du reingeschlittert. In die Moderation bin ich reingeschlittert. Aber ich muss auch sagen, es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich bin wirklich reingewachsen. Ich glaube, wir haben es alle mitbekommen, erste Show. Da brauchen wir jetzt auch nicht mehr groß aufplustern. Das war halt einfach ein, sagen wir mal, Griff ins Klo. Aber ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, okay, Vicky, wenn du das wirklich beruflich machen willst, dann musst du dich jetzt einfach mal auch hinsetzen mit diesem Thema, wirklich auseinandersetzen und daran arbeiten und kämpfen. Und ich meine, ich sitze jetzt immer noch da. Ich moderiere Let's Dance immer noch und ich lerne jedes Jahr mit dazu. Und ich hoffe, dass ich es noch ganz viel länger machen darf. Was ist denn so das Ziel oder der Traum oder eine Vision vielleicht von dir, wo du in 10 Jahren oder in 15 Jahren stehen möchtest? Oder lässt du das eher an dich herankommen und denkst über das nicht nach? Es gibt für mich natürlich ein Ziel. Ich finde es immer ganz schwierig, über ungelegte Eier zu sprechen, weil ich sage immer, das bringt Unglück. Aber das nächste wäre Film für mich tatsächlich. Und da sind wir auch schon sehr akribisch dran und sitzen an einem wirklich tollen, großen Projekt. Kann ich mir nicht immer, ich sage immer, es ist immer so schwierig zu sagen, kann ich mir nicht drüber sprechen, weil es ist immer so, ja, okay. Aber im nächsten Jahr wird es dann ernst und dann können wir uns wieder treffen, Uschi, und dann können wir genau über dieses Thema reden. Aber da gibt es natürlich so viel. Ich meine, ich habe gerade mein eigenes Unternehmen gegründet. Genau, du bist jetzt Businessfrau und managst eigentlich ein Unternehmen. Das ist wieder ein anderer Zugang. Ja, und da lernt man auch wahnsinnig viel. Also wirklich, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, denke ich mir, OMG, das gibt es doch nicht. Also es kommt jeden Tag was Neues auf einen zu und es sind einfach Hirnen, die man sozusagen bewältigen muss. Und es macht natürlich in dem Fall Spaß. Aber auch gleichzeitig denkt man sich so in dem Moment, okay, WG, hättest du gedacht, vor zwei Jahren, wo du das begonnen hast, dass das alles auf dich zukommt? Nein, natürlich nicht. Aber jetzt bist du mittendrin. Man muss sich ein großes Flugzeug vorstellen, das auf der Startbahn ist und aber schon abgehoben ist. Du kannst ja jetzt nicht sagen, so, jetzt drehen wir wieder um, sondern das fliegt jetzt und im besten Fall geht es ganz weit hoch und bleibt für immer da oben. Kann natürlich auch abstürzen, aber das hoffe ich nicht. Wenn man so viele verschiedene Dinge macht wie du, braucht man Disziplin. Also das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, sonst schafft man das nicht. Bist du ein sehr disziplinierter Mensch? Boah, das ist so schwierig, wenn man das immer von sich selber sagt. Ich glaube, da müsste man meinen Management fragen, den Ralf, da hinten, ob ich diszipliniert bin. Aber ja, natürlich. Also denke ich schon, dass ich diszipliniert bin. Aber ich bin auch jemand, ich kann auch leben zwischendrin. Also ich lieb's auch, mit der Family mal einen zu trinken und auch mal richtig Gas zu geben und zu essen, weil es gehört dazu. Also ich meine, ich glaube, wenn du die ganze Zeit auf Handbremse lebst, dann irgendwann mal wirst du ausbrechen. Und deswegen gibt es immer so zwischendrin da mal so kleine Feiereien und dann ziehe ich auch wieder die Handbremse an und sage, jetzt musst du wieder kontrolliert sein. Jetzt darfst du halt nicht mehr so viel essen, jetzt musst du halt kontrolliert deine Sachen nehmen und so weiter und so fort. Bei der Woman of the Year Gala treffe ich Nadja Swarovski kurz bevor sie mit dem Sustainable Leadership Award ausgezeichnet wird. Nadja ist nicht nur eine Businesswoman schlechthin, Gründerin der Swarovski Foundation und Nachhaltigkeitspionierin. Seit ihrem Abgang aus dem Familienunternehmen Swarovski hat sie große Pläne für ihre und unsere Zukunft. Nadja Swarovski, ein klingender Name, ein klingendes Unternehmen, aus dem du jetzt aber ausgestiegen bist, um dich deiner Zukunft zu widmen, ein neues Kapitel deiner Karriere aufzuschlagen, wie du es nennst. Du warst 26 Jahre, glaube ich, im Familienunternehmen, hast dort Gewaltiges aufgebaut. Ja, auch sehr viel für Frauen getan. Was zum Beispiel? Also ich muss sagen, es war eine wahnsinnige Freude für dieses Unternehmen, arbeiten zu können. Und ungefähr 90 Prozent unserer Kunden waren Frauen. Also es war wirklich eine Frauenwelt. Der Kunde ist die Frau. Und deswegen hat es auch für mich sehr Spaß gemacht, da involviert zu sein, aber dann auch während der Zeit im Unternehmen der Frau zurückzugeben. Und deswegen haben wir auch die Swarovski Foundation gegründet. Genau, was ist das genau? Und die Swarovski Foundation ist eine englische Charity. Also wir haben das gegründet, weil ich immer in England bin. Also wir haben es in England gegründet, weil ich in England mein Büro hatte. Und wir haben uns auf drei verschiedene Themen fokussiert. Umwelt, Kunst, Kultur und Nachhaltigkeit. Du hast es vorhin angesprochen, du hast das Unternehmen vor kurzem verlassen und möchtest jetzt etwas Neues machen, was ich wahnsinnig spannend finde nach so einer langen Zeit im Familienunternehmen. Wie ist das für dich? Hast du so eine Aufbruchstimmung in dir oder ist da ein bisschen Wehmut? Es ist Aufbruchstimmung, es ist Freiheit. Ich habe natürlich meine Arbeit wahnsinnig gerne gemacht. Ich hatte wirklich die Intention, dieses Unternehmen weiterzuführen, es relevant zu machen. Aber jetzt ist eben die Zeit, meine Sache zu machen. Meine Sache zu machen für mich selbst, für meine Kinder und wirklich diese Heritage für meine Kinder aufzubauen. Aber was mir wahnsinnig wichtig ist, ist, dass ich etwas für die Mitmenschen tue, die Umwelt tue, dass ich zurückgebe. Warum setzt du dich für Frauen ein? Warum jetzt abseits, dass Swarovski natürlich primär weibliche Kundinnen hat, aber warum ist es dir wichtig, Frauen zu stärken? Ja, also ich finde, ich habe selber miterlebt, in Österreich aufgewachsen zu sein, dass da nicht Gleichgerechtigkeit existiert. Wenn man sich die Welt anschaut, wir haben so ein Glück hier zu leben. Wir haben Freiheit, wir haben Frieden, wir haben Demokratie, wir haben unsere Gesundheit. Und all das ist eine fantastische Plattform, von wo man wirklich der Menschheit helfen kann und zurückgeben kann. Jetzt bist du in Wattens aufgewachsen, in einer ländlichen Gegend, mitten in den Tiroler Bergen. Bist jetzt Top-Unternehmerin, wohnst in London. Wie sehr hat dich denn diese Vergangenheit geprägt oder prägt sie dich noch? Auf alle Fälle. Sie hat mich geprägt, sie wird mich immer prägen. Es ist in meinem DNA. Also ich bin eine Tirolerin, aber halbe Amerikanerin. Und ich bin in Wattens aufgewachsen. Also wir haben die fantastischen Berge und diese Natur um uns herum. Es ist schon hervorragend. Aber was mich wirklich geprägt hat, waren meine Eltern oder sind meine Eltern und meine Großeltern. Die Unternehmer waren und sind. Die Unternehmer. Und ich muss sagen, also harte Arbeit war wirklich das Motto von meiner Familie. Das heißt, bei euch hat man immer gearbeitet. Man konnte sich nicht ins gemachte Nest setzen und sagen, hey, da ist dieser Name Swarovski. Ich bin eine von euch. Ich mache jetzt einmal ein bisschen. Das ging nicht. Überhaupt nicht. Von mir hat man es mir überhaupt nicht erwartet. Ich bin eine Frau. Es war eine, ich glaube, Überraschung, dass ich überhaupt interessiert war, im Unternehmen zu arbeiten. Aber ich habe einfach zu viel davon mitbekommen in meiner Kindheit. Ich habe zu viele Geschichten gehört von meinem Großvater, als er mit Coco Chanel und Christian Dior gearbeitet hat. Und das war natürlich immer wieder meine Inspiration. Und mein Vater war der Ingenieur, der Swarovski geleitet hat, mehr als 40 Jahre in dieser Produktion. Er hat wahnsinnig viel geleitet, im Sinne von nachhaltiger Produktion. Aber als ich dann raus bin in die Weltgeschichte und Kunstgeschichte studiert habe und dann in New York gearbeitet habe und dann natürlich auch europäische Familien in New York City vertreten habe, deren Unternehmen in der Modeindustrie waren, dachte ich, Moment, ich habe eigentlich auch ein Familienunternehmen, wessen seine Wurzeln in der Mode hat. Swarovski hat angefangen 1895 mit der Produktion des Schmucksteines, welches nicht nur für Schmuck verwendet wurde, sondern auch für Kleider. Also Queen Victoria zum Beispiel war unsere erste Kundin durch den Couturier Worth. Und da dachte ich mir, Moment, die Geschichten von dem Großvater über Coco Chanel und Christian Dior, okay, da müssen wir zurück. Und ich habe eben die Äquivalenz vom Dior im Alexander McQueen gefunden. Jetzt wirkst du immer so positiv und so motiviert, auch in Zeiten, wo es manchmal nicht so rund läuft. Woher nimmst du deine Energie und dieses positive Thinking? Oder ist das in dir drinnen, einfach in den Genen? Es ist in mir drinnen und ich habe mich noch in einer Silgas im Gymnasium vorgeworfen, warum ich dann immer so glücklich bin. Okay, das mögen die Österreicher nicht so gern. Obwohl man halt um 45 Uhr aufstehen musste, um den Bus um 6 Uhr zu erwischen, der dann eineinhalb Stunden in die Stadt gefahren ist und so weiter. Ich glaube, am Ende des Tages ist es, weißt du, es ist eine Wahl, wie man denkt und wie man denkt beeinflusst die Gefühle. Und am Ende des Tages haben wir so viel für, dass wir wirklich froh sein können. Wie gesagt, also ich bin in den 70er Jahren in Tirol aufgewachsen, da hat man schon noch irgendwie vom Zweiten Weltkrieg gesprochen. Wir mussten essen, was auf dem Teller war, denn das gab es nicht, als wir Kleinen waren im Zweiten Weltkrieg und so weiter. Weißt du, und ich glaube einfach, vielleicht auch habe ich immer wieder diese oder immer die Liebe meiner Eltern empfunden und meiner Cousins ersten Grades. Wir waren sehr eng und jeder hat nebeneinander gewohnt, also es war wirklich eine sehr enge Community. Und seid ihr das bis heute eigentlich? Ja, also auf alle Fälle die Cousins ersten Grades, wir sind sehr nah zueinander. Wir haben wirklich meinen Großvater als Vorbild, der war unser Patriarch, der Manfred Swarovski, und wir haben dieselben Werte. Und ihr seht euch ab und zu, oder wie muss man sich das vorstellen? Wir sehen uns ein paar Mal im Jahr, aber wir sehen uns einmal in der Woche im Zoom. Also wir haben einen Familienzoom. Jetzt hast du drei Kinder im, ich glaube, pubertierenden Alter. Absolut. Genau, warst immer eine Working Mom, die immer irgendwie den Spagat geschafft hat zwischen viel Arbeit und Familienleben. Wenn ich dich jetzt so frage, wie hast du das hingekriegt, wie würdest du es beantworten? So, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, Uschi. Es ist, es war sehr anstrengend. Jetzt weiß ich erst, wie anstrengend es war. Jetzt, nach Corona oder während Corona, konnte man sich endlich mal ausschlafen. Man musste nicht reisen. Man musste nicht tagtäglich im Büro sein. Man musste nicht 200 Leute leiten. Es war anstrengend, aber Gott sei Dank habe ich einen sehr netten Mann, der unterstützt mich vollkommen in meiner Aufgabe. Aber meine Kinder haben mich auch vollkommen unterstützt und unterstützen mich jetzt und freuen sich jetzt auf das zweite Kapitel. Wurde dir das auch vorgelebt von deinen Eltern, dass das möglich ist, Job und Familie zu vereinbaren? Das wurde mir überhaupt nicht vorgelebt. Meine Mutter war auf alle Fälle diese typische Hausfrau. Eine typische Tirolerin? Nein, meine Mutter ist Amerikanerin. Ah ja, okay. Aber sie war eine typische Hausfrau. Aber sie war eine Hausfrau. Sie hat mir gesagt, die Frau identifiziert sich mit dem Mann und der Mann identifiziert sich mit der Arbeit. Okay. So, in diesem Geist bist du erzogen. Und ich habe mir gedacht, oh, time out. Zuerst mal muss dieses Paar sich miteinander identifizieren. Und jede Person im Paar darf sich mit der Arbeit identifizieren. Das war interessant und bewegend. Passt gut auf euch auf. Wir sehen uns. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.